Ja meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Vorstellung und zwar geht es diesmal um ein Audiokabel. Warum macht man darüber eine Vorstellung? Eigentlich nur aus dem eigenen Grund, weil das ganz besonders ist und zwar haben wir hier ein 1 Meter Audiokabel, ein Premium Audiokabel von SyncWire, hört sich an der Stelle gar nicht so schlecht an, auch Kabel können neuerdings eine Bezeichnung haben und zwar das SWSC 017. Warum? Naja, weil es 2018 jetzt hier ist und nicht 017. Aber was interessant ist bei den Kabeln, ich war bei SyncWire ja auch damals schon mal begeistert, weil die diese metallene Struktur hier hatten um die Kabel ringsherum. Dieses jetzt hier hat so eine Nylon Struktur und das Schöne daran ist, die Dinger kann man einfach verbiegen, wie man so will. Warum sollte man das tun? Ja, weil das garantiert mal passiert, wenn man Bluetooth Boxen per Aux-In anschließt oder einfach nur ein paar vernünftige Kopfhörer versucht anzuschließen, dann braucht man selbstverständlich auch mal ein relativ gutes Kabel. Dafür haben wir hier für die Übertragung einmal einen vergoldeten Klinkenstecker. Der ist sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite der Fall. Somit soll also die perfekte Audioqualität garantiert werden. Das hört sich doch schon mal ganz gut an, also zumindest so vom Theoretischen her. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal so vergleiche mit den üblichen Audio-Steckern, ich habe jetzt gerade mal hier so ein übliches Gerät, was ich so habe, das ist ganz normal, ist nicht vergoldet, muss ja auch nicht sein. Die Audioqualität fand ich bisher immer ganz in Ordnung. Aber das Problem ist, ich habe jetzt leider das kaputte Kabel nicht dabei, nur dieses hier aus der Kabeltasche mal schnell gezaubert mit einem Adapter von 3,5 mm Klingenstecker auf 2. Wer sich wundert, was das ist, die brechen ganz gerne mal hier an den Stellen und das ist wirklich nicht lustig. Das heißt, dann hat man wirklich einen hohen Verschleiß von den Kabeln, denn innerhalb von ein paar Monaten kann das gerne mal sein, dass das gute Gerät hier unscharf bleibt und es einfach nicht funktioniert. Was soll das? Was soll denn das? Hier an der Stelle kommt dann der Bruch und ich habe das schon x-fach gehabt, dass da ein paar Kabel rausgeguckt haben. Das ist wirklich kein Spaß. Deswegen hatte ich mir damals mal, jetzt habe ich mir gar nicht geholt, das war bei einer Nine-Tech Bluetooth-Box dabei, war das erste Nylon-Kabel von 3,5 mm Klingenstecker, was ich so hatte. Das hat auch schon x-fach Drehungen ausgehalten, muss ich sagen. Und dementsprechend ist das fast unkaputtbar, hat aber auch hier keine vergoldeten Anschlüsse, wobei das jetzt hier nicht das Oberproblem ist und ich wahrscheinlich den Unterschied eh nicht raushören würde und ihr wahrscheinlich auch nicht gleich. Es sei denn, ihr seid audiophile Fetischisten oder sowas in dergleichen. Dann könnte sowas vielleicht noch die Rolle spielen. Aber hier ist es auf jeden Fall interessant zu sehen, wenn wir die beiden Kabel mal nebeneinander halten. Klar ist das jetzt hier aufgewickelt. Bevor ich das jetzt entwickle, wäre es ja Quatsch. Wir können die jetzt hier so oft drehen, wie wir wollen. Manchmal bleiben die dann auch sogar in der Position. Wenn ich das Ganze jetzt hier bei dem kleinen Ding probiere, der biegt sich auf jeden Fall wieder zurück. Das heißt, das ist jetzt noch ein bisschen flexibler. Kann ich ja ruhig drücken. Passiert eigentlich gar nichts. Das ist das gut. Also eigentlich, in drei, vier Jahren würde ich das vielleicht nicht unbedingt mehr sagen. Aber wenn ich jetzt hier so ein bisschen... So, das ist ein bisschen steifer gefertigtes Kabel. Dementsprechend kann man sehen, ja gut, okay, das hält was aus. Aber irgendwann, vielleicht gibt es ja hier in dem Kabelkanal, innen drin ist Gummi, außenrum ist Nylon. Das ist nun mal so der Fall, ja. Vielleicht gibt es da auch irgendwann eine poröse Stelle und das Teil ist hin. Bei dem würde ich jetzt hier ganz vorsichtig sein. Das würde ich jetzt hier gar nicht so unbedingt so rumbiegen wollen. Da macht es irgendwann vielleicht mal nicht knack. Aber der Kabelbruch ist incoming. Und das muss ja dann nun doch auch nicht sein. Ich denke mal, deswegen ist es auf jeden Fall nicht schlecht, sich so ein bisschen umzuorientieren. Ich muss auch sagen, geht eigentlich. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man die Kabel nicht hier im Internet für ein paar Euro kauft, ja. Sondern im normalen Supermarkt, was man ja nicht unbedingt machen sollte. Dementsprechend, also unterstützt die lokalen Supermärkte logischerweise, ja. Aber da kostet einfach mal so ein Kabel auch um die 5 Euro. Und wenn ich mir überlege, ich bekomme so ein Ding hier an der Stelle einfach mal zugesandt, habe hier 6,49 Euro, habe aber den Bestseller Nummer 1. Daran hatte ich jetzt mal ganz kurz geguckt. Der hat 1.360 Bewertungen. Also ich meine, das Ding kann gar nicht schlecht sein. Was soll das, ja. Ansonsten steht es hier nochmal, es ist für alles nutzbar. Es ist halt ein Aux-In-Kabel, ne. Für 3,5 Millimeter Klinkensteckergeräte. Dementsprechend 6,49 Euro das Kabel. Ein Meter ist es lang. Reicht auf jeden Fall aus. Was will man dazu großartig sagen? Hier haben sie noch ein paar Maße ran geschrieben. Brauche ich jetzt persönlich nicht, weil wo Kopfhörer draufsteht, ist auch Kopfhörer drin. Was ich hier noch interessant fand, wo ich mir den Artikel mal direkt hier angeschaut habe, beziehungsweise die Produktbeschreibung, dass das Ganze jetzt hier verglichen wird. Hi-Fi-Tonqualität. Und es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Kabel, so wie das hier steht. Was steht hier? Military Fiber. Also Fiberglas oder was ist da los mit Military Standards oder wie? Auf jeden Fall ist es, jedenfalls ist es heller, heller ist es nicht. Es ist haltbarer als alle anderen Kabel, die man bisher jetzt hier aus dem Gummisegment so hat. Und dementsprechend kann man es auch mit allen Sachen verwenden. Finde ich eine praktische Sache. Habe ich euch das auch mal gezeigt. Ich werde es auf jeden Fall jetzt in Zukunft nutzen und ausprobieren. Aber ich denke mal, einen ganz groben Audio-Unterschied wird man dabei nicht erfahren. Fakt ist, die Haltbarkeit eines solchen Kabels ist auf jeden Fall höher als so ein normales Gummikabel. Und ich meine, die hier gibt es halt. Das ist jetzt zwei Jahre alt jetzt hier. Es sieht aus wie neu, würde ich fast mal sagen. Mal sehen, wie lange das hier so hält. Aber ich denke mal, wenn das hier so weiterhin so gut ist, kann man da auf jeden Fall nichts Falsches sagen. Nur so als kleiner Tipp am Rande nochmal. Und ja, wem es gefallen hat, der kann gerne mal ein Like da lassen. Ich brauche jetzt hier auch keine Audio-Qualität, also keine Audio-Files vorführen hier auf einem Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer. Weil Fakt ist sowieso, dass das Ding im Endeffekt so funktioniert oder auch nicht. Das wollte ich bloß mal am Rande erwähnen. Wir sehen uns wie immer bei der nächsten Revue Live-Review. Bis dann, auf Wiederschauen.